Herr Köster, vor knapp einem Jahr wurden Sie CIO. Hätten Sie sich lieber einen anderen Termin gewünscht? Nein, überhaupt nicht. Ich habe bei der Union ein gefestigtes, erfolgreiches Team und gute Strukturen vorgefunden. Das hat die Anlaufzeit verkürzt. Und als es am Ende des Jahres ruppiger an den Kapitalmärkten wurde, war ich schon in den Themen drin. So kann man fast im Nachhinein sagen, das trage ich mir gar nicht so schlecht, auch wenn ich gerne auf die unruhigen Kapitalmärkte verzichtet hätte. Ihr Vortrag lautet 2022, Jahr der großen Richtungswechsel. Wo geht die Reise hin? Eine große Frage. Wir haben eine Zeitenwende auch an den Kapitalmärkten. Corona hat viele Trends beschleunigt, einige Trends abgebrochen und neue gestartet. Aktuell diskutieren wir eine hohe Inflation, steigende Zinsen und seit dem 24.02. auch einen Krieg in Europa, was zu einer Neubewertung der Risikoprämien führt. Dadurch funktioniert das Narrativ des Pre-Corona-Gleichgewichts mit niedrigen Zinsen, expansiver Geldpolitik und geringen Risikoprämien nicht mehr. Wir sind quasi auf dem Weg einer neuen Investmentwelt, dem Post-Corona-Gleichgewicht. Leider weiß der Kapitalmarkt noch nicht, wie sich dieses Corona-Gleichgewicht ausgestalten wird. Dieses führt zu hohen Unsicherheiten und Kapitalmarktverwerfungen. Gibt es vor diesem dunkelgrauen Hintergrund etwas, woraus Sie Zuversicht schöpfen? Kurzfristig glauben wir, die Situation wird sich verschlechtern, längerfristig aber dann verbessern. Kurzfristig werden wir die Situationen rund um Inflation, die Erhöhung der Zinsen und der Covid-Politik in China beobachten müssen, dies wird zu Turbulenzen in den Kapitalmärkten führen. Wir glauben allerdings, dass sich im Jahresverlauf die Inflation zurückbilden wird, die Lieferketten verbessern und auch die positiven Faktoren wie der robuste US-Konsument, die Firmen plus die Fiskalpolitik positiv wirken sollten. Wir können also feststellen, die säkuläre Stikulation ist vorbei und für uns als Asset-Manager ergeben sich langfristig Chancen, die Portfolios neu auszurichten. Zu diesen und anderen Themen werde ich am Form-Professionell-Kongress in Mannheim sprechen. Ich lade Sie herzlich zu meinem Vortrag am 21. Juni um 14.05 Uhr ein. Sprechen Sie mich auch gerne im Anschluss an. Ich freue mich auf einen Austausch mit Ihnen.